Demnächst rechts halten. In 300 Metern rechts fahren Richtung Düsseldorf Zentrum. Danach gleich geradeaus fahren. Düsseldorf Zentrum. Düsseldorf Zentrum. Düsseldorf Zentrum. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt rechts halten. Danach gleich geradeaus fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geradeaus fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020